Hm? Wie kann man denn so zufrieden sein? Hm? Wie kann man denn so zufrieden sein? Hm? Ne, Tür will ja das abschlecken. Das mag ich nicht. Hm? Nicht die Plastiktüte abschlecken, Kerli. Ja. Ja. So schnell abgelenkt wie du, ne? Du bist sehr schnell abgelenkt, Schatzi. Hm? Du weißt genau, dass ich hier nicht weglaufen kann. Gell? Das muss man dann immer ausnutzen. Stinkt hier. Hm? Schnurrebärchen. Ja, mein Schnurrebärchen bist du. Gell? Schnurrebärchen. Nun ist aber gut. Ja, feini. Jetzt ist aber gut.